Nach Karate und Kung Fu steht mir der Sinn. Bruce Lee ist Meister, nicht nur am Nunchaku-Alter. Das Dojo bringt dich weiter, also bleib da, kämpfe gut, greif nie an, gebrauche dein Verstand. Nach Karate und Kung Fu Fighting steht mir der Sinn, geh zum Turnier und gewinn. Mädchen sollten früh beginnen und in der hohen Schule der Kampfkunst gewinnen. Im Alter dann bist du Meister und auch die Jungs beginnen im frühesten Alter. Der Weg ist das Ziel, vom Schüler zum Meister, als Meister dann bist du entgeistert. Nach Karate und Kung Fu Fighting steht mir der Sinn. Eigentlich ist das schon alles, also geh zum Dojo hin.